Es ist sehr speziell, du hast keinen Lärm, du schießt aufs Tor, du machst einen Toppass, auch du machst einen Goal und nichts passiert. Die Spieler können sich freuen, aber es ist sehr sehr limitiert, sie müssen weiter das machen, weiter viel diszipliniert bleiben. Es ist sehr, sehr komisch, natürlich unsere Fans, unser Publikum, 81.000 Zuschauer, es fehlt uns sehr, sehr viel. Ja, 4-0 am Ende gegen Schalke, das ist ganz okay, es war verdient, wir haben das gut gemacht, wie gesagt, wir haben uns auf und das... Nein, Derby-Niederlagen prinzipiell sind unangenehm und diese heute natürlich auch, auch wenn es eine ganz skurrile Atmosphäre war und ein ganz ungewöhnliches Spiel und um ganz ehrlich zu sein, das Rückrundengefühl durch diese Unterbrechung ist auch nicht das Gefühl, als wäre es eine Rückrunde, in der wir uns befinden, sondern in einer ganz außergewöhnlichen Situation, wo wir dabei sind, die letzten Spiele zu spielen.